Die Colorado Kröte hat etwas gemeinsam mit dem Sommer Update. Sie kommt einfach nicht. Dabei gibt es sie, aber in den täglichen Herausforderungen war sie noch nie vorhanden. Ich stelle euch sie trotzdem vor, obwohl immer Ochsenfrosch gefragt ist und Nordkröte. Aber irgendwann ist der Tag der Colorado Kröte. Und darauf freue ich mich schon heute. Nur leider kommt heute früh kein Frühvideo, weil ich einen Termin beim Kinderarzt habe. Und das ist genau um 8 Uhr. Und deswegen kommt jetzt die Colorado Kröte erstmal stellvertretend. Ich hoffe, ich kann die täglichen Herausforderungen heute noch mittags nachreichen. Schauen wir mal, ob das klappt, weil der Termin dauert etwas länger. Aber ich habe eine Location für euch rausgesucht. Die kommt am Ende des Videos. Da könnt ihr Colorado Kröte, Fledermäuse und Brombeere abfassen. Das ist die Top Location. Und hier erstmal drei Location am St. Louis River. Zwei davon mit Uhrzeit. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wenn es dann irgendwann mal so weit ist. 18.57 Uhr wäre das hier am St. Louis River. Und natürlich haben wir für alles eine Karte mit dabei. Und jetzt kommen wir zu der Top Location Brombeere, Fledermaus und Colorado Kröte. In einem könnt ihr hier finden. Aber die Colorado Kröten haben also eine ganz geringe Überlebenschance. Und ich sage mal, ciao.